Zunächst einmal steigt natürlich bei uns allen von Wochenbeginn an Tag für Tag das Kribbeln die Spannung auf dieses Spiel hin. Beide Mannschaften haben schon deutlich bessere Zeiten gesehen und auf ganz hohem Niveau schon die Klingen gekreuzt. Jetzt ist momentan, dass beide Mannschaften etwas Schwierigkeiten haben bei den Vereinen. Aber diese Brisanz wird immer bleiben und da kannst du auch gar nichts machen, auch als Fußballfan oder als Trainer kannst du da nichts machen. Es wird, ohne dass du es willst, schon dieses Kribbeln aufkommen. Es gibt einfach Spiele, die elektrisieren und das ist eines von diesen Spielen. Natürlich muss man vor Werder Bremen immer den notwendigen Respekt haben, das ist keine Frage. Die Mannschaft hat eine offensive Qualität, die haben jetzt ihre Spieler zurück, sie haben Pizarro zurück, sie haben Gruse zurück. Aber natürlich sehen wir schon auch gute Möglichkeiten gegen Bremen zum Erfolg zu kommen. Es ist weder ein Endspiel noch ein Schicksalsspiel noch sonst irgendetwas, sondern wir haben unglaublich wichtige Spiele. Alle Spiele, die wir bis zum Ende der Saison bestreiten werden, werden unglaublich wichtig sein. Dass dieses Spiel nochmal besondere Brisanz hat, keine Frage. Und wir haben uns natürlich auch gefreut haben über die Unterstützung und wie die Fans da hinter uns gestanden sind in Hoffenheim. Und dass so eine Verbindung wieder aufkam, das war super. Und dass die Fans dann auch so etwas skandieren, Derbysieg, das wollen wir ja auch. Genau das gleiche wollen wir auch. Und wir haben uns jetzt noch ein Schicksal. 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 Und wir haben uns jetzt noch ein Schicksal.